Die katholische Kirche lehnt die Sterbehilfe ab, weil wir immer möchten, dass ein Mensch, der lebensmüde ist, dass ihm geholfen wird, wieder Lebensfreude und Lebenskraft zu finden. Und wir treten immer dafür ein, dem Menschen zu helfen in allen Phasen seines Lebens, insbesondere auch dann, wenn er lebensmüde ist. Es gibt einen Unterschied zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe. Aktive Sterbehilfe ist das, was andere Menschen mit hinzutun, damit einer sterben kann, der sterben möchte. Passive Sterbehilfe bedeutet ja, dass einer, der in einer bestimmten Phase seines Lebens aus eigener Kraft nicht mehr leben kann, dass man ihn auch sterben lässt. Und das sehen wir als Kirche dann auch möglicherweise als einen richtigen Weg an, weil wenn der eigene Körper nicht mehr in Lage ist, selber zu leben, dann soll er auch sterben dürfen. Wir treten dafür ein, dass der sogenannte assistierte Suizid, wenn er denn geschäftsmäßig angeboten und organisiert angeboten wird, verboten werden soll. Also es soll keine Unternehmungen sein, die das sozusagen zu einem wesentlichen Bestandteil ihres Handelns machen. Also wir treten dafür ein, dass man die sogenannten Sterbehilfeorganisationen in Deutschland, dass sie keine Möglichkeiten haben, ihre Geschäftstätigkeit auszuüben. Wir treten nicht dafür ein, dass der Suizid unter Strafe gestellt werden soll.